Hallo und willkommen mein Lieben. Heute zum montäglichen Vlog beziehungsweise Blog. Und ja, als allererstes vom letzten Vlog wieder ein paar schöne Kommentare, wie ihr seht. Und ich fange mal an. Was habe ich jetzt das Wochenende gemacht? Ich muss auf jeden Fall die Woche das Gewächshaus weiter machen, weil da will ich ja den zweiten Teil will ich ja jetzt eventuell im Freitag schon zeigen, beziehungsweise wäre es zwar nicht ganz schaffen, Entschuldigung, ich werde am Freitag auf jeden Fall das Gartenhaus machen. Und mit dem Dach hier oben, das kommt dann die Woche drauf. Und das zeige ich euch mal, wie es momentan aussieht. Also es ist noch nicht ganz fertig. Wie ihr seht, hier gehen auf jeden Fall die Leisten nach unten. Und hier hinten muss ich auf jeden Fall noch abschneiden. Ja, also noch nicht ganz fertig. Fest ist es auch noch nicht. Es liegt eigentlich bloß drauf. Jo, ich würde sagen, ich freue mich über die rege Zuspruch auf dem Kanal wieder. Nachdem ich das hier ein bisschen schleifen lassen hatte. Aber das waren persönliche Probleme. Aber das tut hier nichts zu sagen. Okay, wir sehen uns am Freitag. Gewächshaus. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin viel Spaß auf dem Kanal und lasst uns ein Abo da. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.